Hier sind die heise online News mit Isabel Grünewald Künstliche Intelligenzen nehmen doch keine Arbeitsplätze weg KI steht im Verdacht, Arbeitsplätze zu vernichten. Die IT-Consulting-Firma Capgemini hat dazu Unternehmen befragt und das Gegenteil herausgefunden. In einer Studie unter 993 Firmen antworteten 83 Prozent, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz neue Aufgaben geschaffen habe. Mehr als die Hälfte der durch KI geschaffenen Jobs sind Führungskräfte, alle neuen Jobs erfordern hochqualifizierte Arbeitskräfte. Durch KI-Einsatz seien immerhin in 63 Prozent der Unternehmen gar keine Arbeitskräfte weggefallen. Sonneneruption bringt schweren Magnetsturm In der Nacht zu Freitag hat ein schwerer Magnetsturm die Erde erfasst und in Skandinavien für kräftige Polarlichter gesorgt. Drastische Auswirkungen hat ein solcher Sturm auf die Kurzwellenausbreitung. Seit Tagen gestört bis unbrauchbar sind transpolare Funkstrecken. Auch sorgte der Sturm dafür, dass Abweichungen bei der Positionsbestimmung über Satellitensysteme anstiegen. Twitter-Website mit Nachtmodus Auch auf der Twitter-Webseite gibt es nun einen Nachtmodus. Er taucht die Bedienoberfläche in dunkle Farben, was die Augen schonen soll. Tagsüber taugt das dunkle Design als schicke Alternative zur fröhlich-hellblauen Standardoberfläche. Bislang gab's den Nachtmodus nur in der Twitter-App. Star Wars und Marvel-Filme wechseln zum eigenen Streamingdienst Disney wird Filme aus den Star Wars und Marvel-Universen in Zukunft nur noch auf einem eigenen Streamingdienst anbieten. Auch die Filme, die aktuell exklusiv bei Netflix zu sehen sind, sollen umziehen. Pixar-Filme und andere Disney-Produktionen sollen ebenfalls umziehen. Aktuell gibt Disney Ende 2019 als Starttermin für den eigenen Streamingdienst an. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de . . .